Another one. Different pose this time. Okay. Why not? Hallöchen Phoenix. Wie ist die Arbeit? How's it going? Oh, shit. Sorry. It's Sophie's Mom. Ähm, just... Just a sec, okay? Max hat eine Live-Mitte-Krise. Hat sich die Haare jeder gefärbt. Perfekt. Ich wollte eigentlich eine andere Kleidung haben und irgendwie ist das passiert. Hoi, Yasmin. Ich weiß auch nicht wie. Hoi. Hoi, Maxine. Wir sprechen heute Freitag. Aber ist er doch froh, dass es ruhig ist? Oder ich glaube, es kommt... Na gut, höchstverständlich kommen alle um drei Uhr morgens mit. Ich muss tanken? Und in einer anderen Zeitlinie... Ja. Ja. Ich habe. Es wird nicht leichter, aber... Es kann weniger schmerzen. Mit Zeit. Ein bitterer Baum. Ich wollte dich sprechen mit dir face-to-face. Wenn möglich. Das mit dem Telefon fühlt sich so... Natürlich. jetzt kommt das wort aber ist in zwei minuten ich mich bitte noch mal umziehen ich glaube nicht nein doch keine zwei minuten insgesamt 1,5 geht ja doch es ist das einzige was du jetzt verpasst max hat ihre ausgangskleidung an und ihre haare sind wieder braun ich weiß nicht was ich gemacht habe aber magic was So ein neues gebiet ihr wisst was kommt kein neuer text und auch keine neue tagebranche und kein neuer schief mit sag jetzt nicht wir sind schon am ende wenn ich das mal selbst spiele verstehe ich auch endlich was mit dem fotos auf sich hat aber immer etwas richtig zugesehen um nicht viel zu sehen aber sehr oft dass du vorzumachst und frage mich warum story technik ich hoffe das spiel geht jetzt das kapitel geht es noch so lange dass ich bis dinge tagefolge habe nehmt euch den ach vom gelben schnee grafitti rock looks so naked kann ich da hin kann ich da hin bitte sag mir dass ich da hin kann nein ich darf nicht da hin jetzt wo ich die kamera hab kann ich jetzt das machen ich brauche eine kamera mit so dem modell Ich drücke die Daumen. Das wird mir ein bisschen helfen, meine Begriffe zu bekommen. Warte. Du bist hier, Verwaltung, Bildende Künstegebäude, Campushof, Everett, Observatorium, Observatorium in diese Richtung, Slipping Turtle in diese Richtung, Caddy und Kapost. Okay. Ich bin hier. Ich muss zum... Oh, ich muss irgendwo in diese Richtung. Schau mich aber erstmal hier oben. Oh, Sequenz. Erstmal schaue ich mich hier um. Hallo, Herr Künstler. Würde ich mich mit meinem Zeitrauma anfangen, oder sollten wir direkt in meinen Freund in der Schnee finden? Ui, Max. Es ist okay, wenn es dir nicht gut geht. Ein Todesfall auf dem Campus kann aufwühend, langsam flößend und isolierend sein. Auf dem Campus der Killian Universität stehen Therapeuten zur Verfügung. Wenn du nur schwer damit oder irgendetwas anderem umgehen kannst, melde dich bitte. Ja, Max. Nach deinem Tagebuch-Eintrag über den Darkroom solltest du vielleicht auch einen Therapeuten suchen. Tschüss sehen. Rätselbox. Woah. Sehr hellraiser. Ich wundere, was drin ist. Was sind jetzt alles du für dein Leben? Wie hatst du dich? Du bist richtig? Ich, äh... Ich weiß wirklich nicht... Ich wusste nicht wirklich so etwas, die ich so ernst hab. Es scheint, dass es ein Buss kommt. Ich meine... Ich glaube, dass ich es auch ein Buss kommt. Es scheint, wie das ganze Campus ist. Also, was ist das? Es ist eine Abraxas-Puzzle-Box. Es hat Götter in der Mitte, aber nur für diejenigen, die es öffnen. Wissen Sie nicht? Warum all die arcane Bullshit? Entschuldigung. Es ist ein soziales Geheimnis. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass es ein Kiege der Abraxas-Virtu zu testen ist. Die Augen für Details. Das Auge sieht alles. Willst du es einen Schuss? Nein, ein Rätsel. Ein Rätsel. Gut. Eine Stunde später. Nicht das Rätsel. Ich weiß nicht, was in dem Chat los ist, dass er jetzt so mittig ist, aber... Na gut. Muss ich dann im nächsten Stream fixen. Ein Zoom. Ein Auge für Detail, hm? Ja, ein Auge für Detail. Oh, Sterne. Stella. Statue des Gründers. Das sollte das Statue sein, oder? Das Statue des Gründers? Ja, ich glaube so. Wo ist das andere Auge? Es sollte auch zwei sein. Hä? Oh, ich habe das gar nicht gemerkt. Vielleicht sollte das Thomas Caledon sein. Ist das... ...Wax? Okay, kein richtiges Rätsel. Hey, hast du einen Lichter? Ja? Warum? Was denkst du? Observe. Woah. No shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ho Gott. Es geht ja noch weiter. Ein Auge für Detail, hm? Und nichts machen... Google platzieren. Und? Noch mehr Boxen. Ich will weiterprüfen. Du warst nicht immer in einem Seminar. Manchmal braucht es nur die richtigen Worte, um jemanden aufzurüben. Ist das eigentlich schon? Ah, keine Ahnung. Ja, wie kann ich jetzt schon so machen? Gut, Kamera dabei. Der Zaun ist zwischen uns. Das Zaun ist zwischen uns. Da vorne war ich ja schon. Kann ich mit euch reden? Nein, kann ich nicht. Darf ich rein? Nein, darf ich auch nicht. Immer diese Unsichtbare, wenn nicht. Na gut. Yasmin so sah wie sie wirklich wollte, zu sprechen. Aber bevor ich da hingehe, schaue ich mich erstmal hier um. Was ist mit der Musik los? Das war gerade unheimlich. Es ist einfach... Es war alles so schade. Ich sehe eine Kunst der Gebäude. Ja, da kann man auch rein. Okay, ich glaube... Ich finde schon ein bisschen mystisch. Ich verstehe. Ich verstehe. Ist das irgendwie, was du kannst, uns? Das ist Loretta... ... was. Ich habe sie in ein paar meiner Workshops gesehen. Ich habe sie in ein paar meiner Workshops gesehen. Sie ist ein majorer, etwas. Es sieht nicht, wie sie hat sie die Schraub, die sie wollte. Für mich bist du Rachel. So sieht es aus wie Rachel. Klausuren verschoben. Ist das die erste Klausur? Ist das die erste Klausur? Also warum fühle ich mich nicht sicherer? Sie ist weg. Sie ist weg. Das fühlt sich so surreal. Klausuren verschoben. Bitte logge dich für weitere Informationen ins Studentenportal ein. Origami-Blume. Wie schön. No. Verhalten mich auseinander. Auseinanderfalten. Wo geht das? Einiges versteht man nicht. Ich verstehe. Es ist ein Haiku. Ich wundere, wer das gemacht hat. Warum folge mich? Ah, es ist flüchtig. Einiges versteht man nicht, bis es ihm vordest. Ich will mich da auch stetschwurlaufen. Der Campus ist so groß. Was ist das? Facebox. 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 Sehr gut. Legend sagt, dass wenn du Facebox-Mann ein kleines Schmooch geben kannst, er bekommt sie sieben Jahre guten Glück. Maya Okada. Ich wundere, wer sie war. Vielleicht werden sie auch einen Baum für Safi planten. Kirschblüten, auch bekannt als japanische Kirsche oder Sakura-Baum. Dieser Baum produziert keine Kirschen, die man essen kann, sondern wunderschöne Pinkeblüten. Er blüht in der nördlichen Hemisphäre, gewöhnlich von März bis April. Die Kirschblüte ist die Nationalblume von Japan, eingepflanzt im Gedenken an Maya Okada. Schnee David. Hör da rein, David. Ich glaube, jetzt sind wir einmal im Kreis, ne? Romantische Skuptur, das hatten wir noch nicht. So, jetzt sind wir definitiv einmal im Kreis. Ne, ich möchte mich erstmal um zu Max. Gibt's denn noch diesen Weg hier. Gibt's auch wieder ein Flyer? Okay. Wer darf ich denn hier rein? Okay, neue Nachricht. König Arthur zu den Rittern der Tafelrunde. Männer, wir reiten beim Sonnenaufgang. Ritter jubeln. König Arthur, öffne dem Bett die Augen, die Sonne scheint. Okay, dann reiten wir halt um 10.30 Uhr. König Arthur sieht sich entspannt an der Frühstücksbar des Schlosses um. Ich weiß, was ich gesagt habe, Ryan. Wir reiten, wenn wir reiten. Okay, jetzt. Er ist wirklich gut am Ende. Ach du, die... Oh, jetzt ist der Kompos. Okay, da geht's zur Administration. Geh erstmal hier lang. Falls ich darf. Lass es mal. Gibt's hier wieder in so einem Objekt? Nein. Sehr vermunderlich. Wir kennen hiermit an, dass wir rechtmäßige Untertanen ihrer Majestätkönigin Anne sind und schwören unserer innigen Unterwerfung unter die Krone von Großbritannien. Okay, das kann ich mir auch noch ansehen. Gemälde von Amanda. Was ist das? Schädelballon? Ich habe Fragen. Und zwar viele. How? Okay, klar, ich bin nicht der einzige Artikel auf diesem Campus mit Amanda auf dem Gehirn. Don't you think they should have told us something by now about the murder? Whoa, who said anything about murder? The email said there was a death. I heard she was strangled. Scratchmarks on her neck and everything. Wait, really? I mean, that's what I heard. I mean, that's what I heard. Nur ein Kaffee zum Bach werden. Hey, ähm, black coffee? Sure thing. Ein Moment der Ruhe. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You are the good soul. I haven't stayed in one place this long since... Well, it's been a while. I almost forgot what belonging feels like. And now call this. Now, Sophie. I should have known better than to hope things would be different. Sometimes it feels like I'm cursed. Like, no matter how fast and far I run, the past is still gonna find me. Und das ist ein Bild vom Ex. Laufen mit Geistern. Und dann call me. I rage like a storm when the memory finds me. Wide lights from before never too far we haven't been. No, you can't see it all. It will always remind me of the truth. Sternenhimmel Gemälde. The sky cat attacks. Oh, wie süß. Touch spugen. Touch, 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 touch. Oh, 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 oh. Roto Mahlzeit ansehen. Took this right after I left Arcadia Bay. I think that's the most alone I've ever felt. Ugh, I can't even look at this right now. My old stuff is just cringe. Safi told me to look at this whenever I feel like an Impostor. To remind me that I've earned this. I'll do it, Safi. Miss Coffield, Geister an meiner Seite. Seit sie im Alter von sechs Jahren ihre erste Kammer erhielt, eine Context T2, versucht Maxine Coffield ein Leben einzufangen, das sich jeder Erklärung verweigert. Von der neulichen grünen Hölle des pazifischen Nordwestens aus Resistionszeiten bis zu den industriellen Einöden des Ostgürtels hat sie leeren Orten Bedeutung verliehen und die Mühen alltäglicher Leute beleuchtet, die am Rande der Veränderung leben. Sie ist eine Gewinnerin des IPA-Prizes sowie eines National Geographic Stipendiums und derzeit die Hannah Hallerton Residenzküsterin an der Caden Universität. Foto Jonas Da steht aber Jona Nee, das ist der Two-Wheels-Deiner-Low Das ist ein Bar Das könnte eine Anspannung auf Klaus Wagen sein Habe ich die schon angesehen? Kann ich gar nicht ansehen Räumchen Dr. Quinn Hunter Da muss Saul Hunter stehen, dann ist das mein Büro Anschlagtafel Thanks for nothing, Caledon Campus Security Caledon Too little, too late Campus Sicherheitsalarm In Übereinstimmung mit bundesweiten Offenlegungsrichtlinien informiert, die Caledon Universität hiermit offiziell über ein gewaltsames Verbrechen, das auf dem Campus begann wurde. Montag 4. Dezember um ca. 23 Uhr Ort Aussichtspunkt beim Everett Observatorium Gemeldet das Vergehen Eine Studentin wurde tot aufgefunden, sie war Opfer einer Schussverletzung. Falls Sie Informationen haben, die in dieser Ermittlung hilfreich sein könnten, kontaktieren Sie bitte die Campus Sicherheitskräfte per Text oder Anruf unter 800-255-0161 Um die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verbrechens zu werden, zu reduzieren, achten Sie auf Ihre Umgebung und auf Personen in Ihrer Nähe. Bleiben Sie ein Teil einer Gruppe und nur in gut beleuchteten Gebieten. Rufen Sie Caledon und Sicherheitskräfte an, falls Sie auf den Campus Begleitschutz benötigen. Pass aufeinander auf. Und ich dachte, Amanda couldn't get any cuter. Wenn ich in eine Bowling-Alley breakere, bin ich sicher, dass diese Schuckl-Fucks ein Dormlock überlassen können.